Hallo, das ist das Video Nummer 8, das Thema Ableitungsregeln. In den letzten 7 Videos habe ich euch einige Regeln vorgestellt, wie Potenzregeln, Produktregeln, Quotientenregeln und Wurzelfunktionen, wie man Wurzelfunktionen ableitet. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Sinus, Kosinus oder Tangens von einer Funktion ableitet. Das ist ganz einfach, wir müssen nebeneinander schreiben, einmal Sinus und dann Kosinus. Zweite Reihe, hier haben wir Sinus und Kosinus, hier müssen wir Kosinus und Sinus schreiben. Also einmal Sinus, Kosinus nebeneinander und danach darunter Kosinus und Sinus nebeneinander, aber negativ, hier negativ machen. Jetzt müssen wir im Uhrzeigersinn drehen, das heißt hier wie eine Uhr, so im Uhrzeigersinn. F' von, also die Ableitung von Sinus ist gleich Kosinus. Die Ableitung von Kosinus ist gleich Minus Sinus. Und so weiter, die Ableitung von Minus Sinus ist gleich Minus Kosinus und die Ableitung von Minus Kosinus ist gleich Sinus. Wir brauchen eigentlich nur diese zwei Regeln. Die Ableitung von Sinus gleich Kosinus. Die Ableitung von Kosinus gleich Minus Sinus. Fertig. Wir können natürlich hier die Kettenregel anwenden Wenn ich jetzt Sinus von x habe, wenn ich Sinus von 2x habe Dann muss ich erstmal den Termin Klammer ableiten Die Ableitung von 2x ist gleich 2 Dann multipliziere ich mit Ableitung von Sinus Die Ableitung von Sinus ist gleich Cosinus Dann schreibe ich hier Cosinus von 2x Der Winkel ändert sich nicht hier Wenn ich hier die Ableitung von 3x habe, dann habe ich hier Die Ableitung von 3 ist gleich 3 Multipliziere ich mit dem Ableitung von Sinus Die Ableitung von Sinus ist gleich Cosinus Schreibe ich, der Winkel ändert sich nicht Die Ableitung von Sinus von x zum Quadrat Die Ableitung von x zum Quadrat, also das was in Klammern steht Ist gleich 2x Und der Rest unverändert Nur die Ableitung von Sinus ist natürlich Cosinus Richtig Genauso hier F von x ist gleich Cosinus von x minus 1 Die Ableitung von x minus 1 ist gleich 1 Also die Ableitung von x ist gleich 1 Die Ableitung von einer Zahl, also minus 1 ist gleich 0 Also die Ableitung von x minus 1 ist gleich 1 Und die Ableitung von Cosinus ist gleich minus Sinus Das heisst hier haben wir minus Sinus von x minus 1 Fassen wir es zusammen 1 mal minus 1 Dann haben wir minus 1 Dann haben wir die Ableitung von Cosinus von x minus 1 gebildet Genauso hier, wenn ich x hoch 3 plus 2x habe Die Ableitung von den Termen Klammer x hoch 3 gleich 3x minus 2x Die Ableitung von minus 2x minus 2 Hier ist wichtig, dass wir in Klammer schreiben Die Ableitung in Klammer schreiben, weil wir hier eine Summe haben So, dann müssen wir unverändert hier hinschreiben Nur die Ableitung bilden Die Ableitung von Cosinus ist gleich minus Sinus Von Cosinus schreibe ich minus Sinus Und der Winkel ändert sich nicht Genauso hier, wenn ich die Ableitung von e hoch x habe Dazu habe ich eine extra Videoserie gemacht Guck dir die Serie auch an Die Ableitung von e hoch x ist unverändert gleich e hoch x Also in Klammer abgeleitet Die Ableitung von e hoch x gleich e hoch x Und hier unverändert schreibe ich hier Nur, was muss ich ändern? Die Ableitung von Cosinus ist natürlich Sinus Und zwar minus Sinus Fertig Dann kann ich hier minus hier hinschreiben Dann habe ich es Die Ableitung von Cosinus von Wurzel aus x Wie leite ich hier ab? Ganz einfach Ich muss die Ableitung von Wurzel aus x wissen Die Ableitung von Wurzel aus x abgeleitet Nun müssen wir Cosinus zu Sinus machen Und zwar minus Sinus Die Ableitung von Wurzel aus x ist gleich 1 geteilt durch 2 mal Wurzel aus x Wenn du das nicht nachvollziehen kannst Guck dir die letzten Videos an In den Videos habe ich euch gezeigt Wie man Wurzelfunktionen ableitet So und minus schreiben wir hier Dann haben wir das Ganze Die Ableitung von Sinus ist gleich Cosinus Und die Ableitung von Cosinus ist gleich minus Sinus Fertig Diese zwei Regeln Und hier die Ketten Das nennen wir Kettenregel Was wir hier haben zum Beispiel Da müssen wir erst zuerst ableiten hier Wurzel aus x Und danach hier unverändert hier hinschreiben Nur dann Cosinus zum Beispiel zu Sinus minus Sinus machen Was wir hier gemacht haben Also hier können wir Tangens umformen Tangens von x gleich Sinus geteilt durch Cosinus Richtig Jetzt haben wir eine Bruchfunktion Das heisst hier haben wir im Zähler haben wir Sinus von x Und im Nenner haben wir Cosinus von x In diesem Fall müssen wir welche Regel anwenden? Richtig Quotientenregel Video Nummer 7 U ist gleich Sinus von x V ist gleich Cosinus von x Jetzt leute ich U und V ab U Strich Wenn du nicht weisst wie ich hier folge Musst du dir das Video Nummer 7 angucken U Strich gleich Also die Ableitung von Sinus ist gleich Cosinus Richtig U Strich gleich Cosinus von x Und die Ableitung von Cosinus ist gleich Minus Sinus Richtig Also V Strich gleich Minus Sinus von x Jetzt wenden wir die Formel an Also U Strich mal V Die Reihenfolge ist wichtig U Strich mal V minus U mal V Strich Geteilt durch V zum Quadrat Das ist die Quotientenregel Setzen wir ein U Strich also Cosinus von x Mal V mal Cosinus von x Minus U mal V Strich Sinus von x Mal V Strich mal Minus Sinus von x Geteilt durch V zum Quadrat Cosinus von x zum Quadrat kann ich so schreiben So Das ist einfacher Cosinus mal Cosinus Cosinus zum Quadrat Kann ich so schreiben Sinus Minus Sinus Mal Minus Sinus Plus Sinus zum Quadrat Richtig Minus mal Minus Immer Plus Dann haben wir hier Plus Wir wissen Sinus zum Quadrat Plus Cosinus zum Quadrat Gleich 1 Richtig Das ist eine Formel Sinus zum Quadrat plus Cosinus zum Quadrat Immer gleich 1 So Cosinus zum Quadrat Das ist die Ableitung von Tangent von x Das ist die Ableitung Wir können das auch anderes angeben Zum Beispiel ist gleich 1 plus Tangent hoch 2 von x Also 1 plus Tangent von 2 hoch x ist gleich 1 geteilt durch Cosinus zum Quadrat Das ist eine Formel die du auswendig lernen musst Auswendig wissen musst Ganz wichtig diese Formel Also 1 geteilt durch Cosinus wird manchmal auch Sekanz genannt Sekanz und Cosecanz Cosecanz ist 1 gleich durch Sinus Also 1 gleich durch Cosinus nennt man Sekanz von x Und das heißt wir können hier auch 1 geteilt durch Cosinus zum Quadrat auch so angeben Sekanz zum Quadrat Sekanz zum Quadrat von x Das ist die verschiedene Art und Weise wie man die Tangent Die Ableitung von Tangent von x angeben kann Die Ableitung von Tangent von x ist gleich Sekanz von x zum Quadrat Oder 1 geteilt durch Cosinus von x zum Quadrat Oder 1 plus Tangent von x zum Quadrat So jetzt haben wir die Ableitung von Tangent von x gebildet Auswendig lernen Das ist ganz wichtig dass man solche Funktionen auswendig ableiten kann Trigonometrische Funktionen sind ganz wichtige Funktionen Also die Ableitungen sind auch wichtig So jetzt möchte ich eins von euch wissen Ich möchte Tangent von 2x ableiten Wie leite ich hier Tangent von 2x ab Das ist wieder Kettenregel Du musst nur Klammer Also mach du selber das Ich denke du bist in der Lage das zu machen Alles Gute Wir sehen uns im nächsten Video Ich möchte jetzt diese Regeln die wir bis jetzt Bisher kennengelernt haben Miteinander verbinden Das heißt komplizierte Aufgaben Wo wir zum Beispiel nicht nur Kettenregel brauchen Sondern wir auch Kettenregel, Produktregel oder Quotientenregel Eine Kombination von den Regeln brauchen Zum Beispiel wenn wir Leite ich zum Beispiel Tangent von 2 Hier schreiben wir x plus a Manchmal a kein 1 Sondern eine Zahl zum Beispiel x minus a So Wie leite ich hier ab Beispielsweise Oder ich kann mal hier machen Nach mir noch eine Wurzel Hier Wie leite ich hier so ab Ja solche Funktionen Ich kann ja auch das Mal e hoch 2x machen E ist eine e-Funktion So Wie leite ich hier ab Das ist eine Produktregel Faktor Nummer 1 Faktor Nummer 2 Jetzt verschiedene Funktionen Verschiedene Regeln Kommen hier in Einsatz Das machen wir in den nächsten Videos Alles Gelaute Und eine Aufgabe Tangent von 2x ableiten